Da ich ein sehr schlauer Ameisenbär bin, ist mir natürlich völlig klar, dass ich am ehesten die Ameise fange, wenn sie mich nicht kommen sieht. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, die alte Elise ist komplett verrückt geworden, aber seht euch das an. Ein Spray, das unsichtbar macht. Ein Spritzer davon und schwupps. Was für eine Perkelei. Warum habe ich bloß diesen ganzen Müll gesammelt? Und ich habe nicht mal mit der Küche angefangen. Aha, da ist ja meine kleine Vorspeise. Sie wird nie erfahren, wer sie gefressen hat. Oh oh, die Wirkung lässt schon nach. Jetzt bin ich hübsch genug fürs Essen. Seht euch nur den vielen Rufus in der Feuerstelle an. Igitt, was ist denn das für ein grünes Zeug im Kühlschrank? Also wirklich, was macht er da unten? Cayennepfeffer? Irgendetwas ist komisch. Nicht ha-ha-ha-komisch, sondern vielmehr oh-oh-komisch. Ich habe das Gefühl, der Ameisenbeer ist in der Nähe. Aber ich kann ihn gar nicht sehen. Hey, was ist denn hier los? Hallo, Delikatesse. Ah! Ist schon okay, aber sie haben mir dieses peinliche Rasseln gegeben. Hey Frank, warte mal eine Sekunde. Hast du jemals so eine riesige Blaubeere gesehen? Wow, die schnappe ich mir. Äh! Achso, jetzt verstehe ich. Alles, was damit eingesprüht wird, wird sofort unsichtbar. Oh, jetzt weiß ich, wie sich ein Sushi fühlt. Ameisenbeer! Oh, juhu! Hey, Ameisenbeer, kann es sein, dass du eventuell das hier suchst? Was? Wieso hast du die Dose? Um, jetzt weiß ich, wie ein Sushi fühlt. Ich mag nichts lieber als eine lange Busfahrt, aber auf langen Reisen werde ich sehr hungrig. Wie kommst du überhaupt? Wer klopft denn da an? Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin. Ich habe gesagt, dass ich... Hallo, Ameisenbär. Ich habe dir meine Mama mitgebracht. Jetzt kannst du ihr persönlich mitteilen, wie toll du mein haariges Gesicht und meine lächerlichen Streifen findest. Ach ja? Vor dir habe ich doch keine Angst, du haariges, kunterbuntes Zebra, du. Ein Spritzer aus dieser Dose und du wirst mich nie wiedersehen. Haha! Das ist ja lustig, weil wir dich nämlich immer noch messerscharf sehen. Nun, eins lerne ich daraus. Selbst was du nicht siehst. Kann dir ganz schön wehtun, nur... Mir entgeht wirklich nicht viel, aber das habe ich nicht kommen sehen.